Willkommen zurück zu Borderlands 2. Wir sind anscheinend in einer lustigen Kammer. Oh Mann, ich bin ganz aus dem Häuschen. Kannst du sie sehen? Da wollen wir hin. Sie gehört praktisch von mir. Zittere ich? Oh, hier gibt es einen Laden. Juhu. So sehr ihr tut es nicht, aber... Oh, Baby. Du wirst echt hübsch sein, wenn du stirbst. All das Ego und die Schutz, äh, die durch die Einschusslöcher rauslaufen. Hey, Nisha, wie wär's? Gehen wir auf den Drink, nachdem wir Lilith und Roland klein gehäckselt haben? Wenn wir das hier überstehen, überspringen wir den Drink. Mhm. Gute sagen, dass du Nisha spielst. Das ist irgendwie sehr praktisch. Mhm. Wie wollen wir sonst jemals zu diesen Dialogen kommen, ne? Du hast dich mal nicht, hast du dich. Stopp. Ach du, du befindest jemand mit einem Schafzimmer, oder? Oder nee, mit einer Riesenpistole. So, naja. Und was fliegt hier? Hier. Oha. Was, ein Ufer? Komm mal, Ufer? Ich hab's aber verbraucht. Oha. Schön vor dir? Ja, ja. Ich wollte ja nicht, ich wollte ja nicht mit der Hand kaputt machen. WTF? Der Regen rät sich schneller mit seinem behinderten Schild nachher... Alter. Geht mir ja raus. Das war so ganz schön viele. Das war nicht so schlecht. Aber ist nicht so leicht. Haben wir jetzt zwei, ist die gut? Oh, Naga, die sind hier... Meine Fresse. Na, komm. Alter. Das ist richtig heftig hier. Was schießt denn jetzt schon wieder auf mich? Oh, komm in die Schütze mehr! Die hätten so glücklich aus wie so die Dinger an der Wand gerade. Aber am Ende hier ist doch nochmal stressig. Hm. Da sind ja noch mal neue. Was für ein Opa-Pi. Was für ein Opa-Pi. Haben wir jetzt schon die noch Eisdinge? Aber ich hab nur ne Eishoffe. Ich hab keine Feuer oder so'n Spaß. Ne, hab ich nicht. So, und jetzt rein. Gehen wir rein und machen mich berühmt. Berühmt will er werden? Ich dachte nur reich. Was ist das? Diese dummen Sprünge muss ich auch mal machen. Ich hab extra ne Fähigkeit gelevelt, die meine Sprünge stärker macht und ich benutze die scheißen die. Also ich hab irgendwie so einen ganz tollen Ketteneffekt oder genau verstanden habe ich noch nicht. Oh, das ist ja glänzend. Ein großer Stein. Hinter uns ist schon wieder so ein Opa-Pi. Meine Fresse, wirst du beim Einheißen hier? Oh, das ist kaputt. Gibt's hier auf jeden Fall viel Mühe anstrengend zu sein. Oh, wir rennen die ganz viel Zeug rum. Müssen wir jetzt hier springen oder was? Ja. Na, ich hasse Parkour. Komische Messwerte. Wie fragt man den ohne bewahrt zu werden? Ich, ich weiß es nicht. Aus irgendeinem Grund hat keiner der Wächter mich angegriffen. Fast so, als wollten sie mich durchlassen. Nett. Dass so gut ist. Naja, Endkampf kann ja nicht gegen die sein, weil die leben ja im Borderlands 2 noch. Naja, das... Naja, das hab ich eingefroren. Oder die, die klauen das Zeug und dann endet es, dass es sich so irgendwie, dass die irgendwelch... Irgendwie in New Haven oder so war das die Story im Borderlands 2, dass die da überfallen wurden von Willen. Yo. Sehr verwirrende Architektur hier auf jeden Fall. Vor allen Dingen sehr laut hier, der Ort, ne? Das ist mir ein bisschen aufgeregt, dass hier irgendwie ja scheiß andauert in den Respawn. Müssen wir schon wieder hier raus von der Platte. Ob ich irgendwie schon mal schneiden kann. Meine Fresse. Ich brauch eine Selbstziele Waffe, das geht ja gar nicht hier. Ich hab halt nichts, um dieses Vieh zu treffen. Wenn ich nachkomme, dann kann ich wieder... Oh. Komm jetzt noch? O-Fase-Curior. Na, großartig. Vieh. Der droppt einfach so eine Vieche, das ist nicht gut. Spawn, oder? Fressgranaten! Alter. Ich steck alles weg! Paketenwerfer! Bude! Diese Scheißdinger, die sind die Schütze hier. Ah, die Schütze pehren auch! Da sind sie ja noch mehr. Ich glaub ich brauch mal ne neue Pistole, die ist scheiße. Ich hoffle also nicht die Waffe, die ich mir schon immer mal gewünscht hab. Ey, die Ding war noch Mondsteine. Ganz schön lauter spielen wir jetzt ehrlich sein. Zumindest auf meinen Ohren. Für euch misch ich's ja immer noch mal ab, dass man... zumindest, äh, uns besser verstehen kann. Aber ich versteh's zum Beispiel, ich hab's teilweise gar nicht. So. Ich hab's noch was wachbar im Kopf werfen. Ich hab's noch was wachbar im Kopf werfen. Ach komm, den Lust ihr dir. Hologramm an, das ist ja schön. Ich hab' so für kleinen Vieh. Ich hab' so viel von denen. Ich hab' so viel von denen. Wir können hier in jede Richtung gehen, weil ich geh's nochmal raus. Wir sind hoch. Wir sind hoch. Glaub' ich. Ist so ein Motorenpad oder so'n Spaß? Naja, wahrscheinlich wenn wir draußen weiterlaufen. Ich hab' so zu Hause fliegt so ne Stegen. Ich bin vielleicht verwirrend eigentlich, wie du hier. Nee, da waren eigentlich nachgeladen. Jo. Ist das jetzt gar nicht? Ich bin draußen rumgesprungen, äh, drinnen rumgesprungen. Aber hier ist auch nix. Also bis jetzt nicht. Ich sollte dieses Schild wirklich viel öfter benutzen werden. Ich mach doch hier noch. Oh oh. Oh, wir halten die alle ganz schön viel aus. Weißt du, jetzt schießt ich hier überhaupt irgendwas, was ich gar nicht sehen kann. Wo war ich stehen geblieben? Ich sollte echt mehr, äh... Ich sollte meine Raketen mal vielleicht mal nachgeladen. Nicht, dass ich mal hier meinen Joker ziehen möchte und dann hab' ich keine Raketenbar. Das wäre extrem doof. Ach, hier ist ne Treppe nach oben. Ich hab' nen Hochgang gefunden. Ich auch, der war aber grad noch halt da. Achso, dann geht der vielleicht erst mal um die ne gewisse Zeit. Meiner ist auch grad hochgeklappt, direkt vor mir. Mhm. Ich komm mal zu dir. Aber wir können uns auch oben treffen oder nicht? Achso, ein Feuer-Dings. Weil das ist recht tot, wa? Da oben ist schon wieder so'n Ufa-Vieh. Irgendwie nimmt das hier überhaupt kein Schaden hier. Das ist... Was ist denn deine ruhige Angelegenheit? Ich weiß daraus. Alles komische Namen, die Teile hier. Das ist so geil. Oh Mann. Schön, dass du sowas hast. Echt? Das ist echt Gold wert. Ich muss mich hier immer die ganze Zeit umhauen. Ohja, was ist denn da für ne Bubble hier? Hier ist einfach nichts. Und du? Achso, da vorne. Wahrscheinlich bricht gleich der Stein auseinander und ein großer End-Boss kommt. Sieht gefährlich aus. Geh nur zuerst. Ah ja. Oh, noch ein Level? Berühren? Großartig. Yo. Die Wächter-Gruft. Aber wie sieht wieder aus? Mit der feiner Bosskampf aussieht. Nee, gar nicht, ne? Ja, wenn du auch ne Videospiele fahren könntest. Danke. Oh, das Zeichen kenn ich. So, der Wächter. Schön. Ja, grüß dich. So hier. Jetzt geht's, Leute. Töten diesen Wächter und die Kammern. Hört uns. Backtime. Ja. Das find ich nicht gut. Das find ich nicht gut. Kann man hier nur wo gritten? Ja, das ist zu selten. Ist der langsamer tot? Au. Ach, ist denn ernst? Komm, warte. Sag. Na komm, auf Fliegen. Was, was, was? Nichts, wir kommen. Ah, ich hab Raketenwerfer in Tauschung. Okay. So lange werdet ihr mich nicht los. Schild eingesetzt. Leider können auch nicht mehr so viele Raketen, die ich hier durch diejenigen werfen kann. Ne, das spart er sich auch. Scheiße, ich soll nur schießen, wenn ich den Schiff auswähre. Boah. Boah. Joa. Ach, eine Kugel lässt dich hier auf jeden Fall. Uh. Oh, jetzt wird doch schon wieder was anderes, oder? Dritte Stufe? Ach du Scheiß! Oh, ich hab acht Leben noch! Hab ich gehört, du heilst dich, wenn du kleine findest! Ja, Leute! Bis jetzt haben wir nun mal das Schild kaputt geschossen, oder? Ja, ich... Keine Ahnung! Ich werde schon wieder... Ja, da wird wahrscheinlich durch alle Elemente einmal durchgehen, dann sollten wir doch hoffentlich mal umkippen Brauchst du Hilfe? Warte mal, mach mal weiter! Mach mal weiter! Ja, hinter mir ist auch noch Ja Hui! Dies, komische... Aua! Au! Ach, das ist Händchen Frost, das ist jetzt ärgerlich! Ne, Bies! Können wir schön mit dir und bleiben Was warst du dir? Das ist hier noch der Mega-Retard! Das ist ärgerlich! So, jetzt... Was ist das für ein Element? Was? Ich war in der Luft? Wie hab ich das getroffen? Ähm... Ist hier immer noch klein Zeug? Das ist schlecht! Ja, da müssen wir mal einen neuen Versuch... Ah, da hinten ist gleich Hier kommt welches Versuch das noch! Ich auch! Alter! Volleste Rakete war das! Ne, jetzt hat er aber... Kein Leben mehr! Ja, einfach wurde er jetzt arschig! Warte, kommt wieder dieses dumme Reflektzeug hier! Warte, kommt wieder dieses dumme Reflektzeug hier! Warte, kommt wieder dieses dumme Reflektzeug hier! Ah, der frisst aber ordentlich! Jawoll! Wir haben ihn! Wir sind noch Mongols da! So! Gibt's nicht hier schöne... Welches Lug nur? Mondbacken, das geht an... Wäre nichts hier droppt hier! Alten! Sauerstoff-Kit! Toll! Boah! Ah! Motschein! So! Seht halt! Auch mal hier, äh... Oh! Oh! Äh, das macht damage! Das finde ich gut! Oh! Oh! Jetzt kommt der richtige Wächter? Ich lad mal die Waffen durch! Boah! Ist das dein Ernst? What the fuck?! Gut, dass ich die Raketen schon alle verbraucht hab! Alter! Das ist ja klar! Äh, das ist ja nicht! Das schiebt nicht wirklich Damage, oder? Na doch! Du musst jetzt in die Sicht schießen und nur in die Sicht! Ah, ok! Oh! 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 Ja! Ich glaube nicht, das kann sein! Da siehst du halt! Oh! Bei mir ist es, was kriezt du denn irgendwie? Ich schiebe nach? Ja, 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 ja! Jetzt ist der Tod, den ich gerade anschließen wurde, äh... Hier kommt noch einer! Tja! Oh! 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 Ach so! Oh! 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 Ach guck mal! Jetzt nimmt der kritschaden bei der Maske, die ich kaputt geschossen hab! Oh... Oh! Ich bin ganz schön weit in der Luft. Ich schau mir hier den Typen, was ich mache. Ich denke mal, das war Teil 1s Boss. Ja, jetzt muss man die andere Maske beziehen. Ich habe keine Ahnung, was wir hier eigentlich machen, außer dass ich hier dauerhaft den Kopf schieße. Oh, das Elektro-Ding ist ja immer ärgerlich hier. Ach, wir hätten das Knie gewusst. Was für die Dinger müssen wir... Ach, wir müssen auf diese Platten vorn auf springen oder was? Ja, da ist noch ein bisschen über dem. Da muss ich holen. Aber wenn ich schlecht bin, würde ich sehr schnell durch. Okay, nice. Das war die Maske, oder? Ja. Nice. Wie lange sind wir zu dünner von mir? Wie lange sind wir zu dünner von mir? Ja. Also sovielfalt wird's ja nicht, ja, zumindest mein SMG wird sovielfalt, das ist ja eigentlich gut. Ach, es kommt Teure. Wenn ich im Boden stehe, nehme ich mal an, ist mein... Aua. Ja, ist schlecht. Nee. Ich bin übertausend von den Viechen. Ja, ist grad schwer. Ach, da. Ja. Oh, da kommen die Dinger her. Da steht noch ein bisschen Platte drauf. Das ist ja eigentlich ganz nice. Oh. Jetzt noch Arketen, welche Munitionen haben. Das wär halt. So, ist... Oh, ich glaube, das war's. Das ist doch offiziell meine Munitionen alle von dem 1. G. Oh, Munitionen, komm her. Hier wäre ein Medikit. Ich brauchte doch wie so Raketenwerferzeug wäre am besten. Oh, Loot. Oh, ich glaube, das... Ich glaube, wir sind durch. Oh, das war ja der Hammer. Okay, wer ist dabei? Der, der! Oh. Mehr Munstein. Oh. Graue Waffen, nehme ich nicht mit. Hier liegt noch eine Pistole, die ich mal an mich reiße. Na, mach ruhig. Oh, ich höre's schon schnell. Oh, Munstein, Munstein. Das ist nicht unbedingt, ob die Pistole jetzt so viel besser ist, als meine jetzige. Na gut, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall der Bosskampf. Na ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mal zu sehen, wenn wir mal ein After machen. Mach's, bis dann. Ciao.